Hallo Leute und willkommen zu einer weiteren Folge von Factorio und wieder mit dabei ist der Lupus. Hallo zusammen. Ja, und wir sitzen jetzt hier schön in unseren Zügen. Der Lupus, glaube ich, gerade im Waggon. Ja. Im Eisenwaggon. Ich habe es mir ja zwischen dem Eisen gemütlich gemacht, ja. Genau, wir kontrollieren nämlich gerade noch die letzte Station. Ja, die leider noch nicht so ganz stimmt, wie man hier an dem Einwaggon sieht. Kurz Klärung, wir haben das halt jetzt sofort, das sieht man jetzt hier auch schon. Bei mir, wir haben hier einmal einen Waggon für Kupfer, Kupfer, dann unten eigentlich Kohle, da liegt aber auch noch Kupfer drin, und dann einen für Eisen. Deswegen müssen wir hier gucken, dass der Zug entsprechend auch richtig anhält, damit der richtige Waggon beladen werden kann. Lupus, dann fahren wir bitte jetzt zu Eisen Süd Süd. Also, stell das mal ein, dass er da hinfahren soll. Nach Eisen Süd Süd. Genau. Wir sind unterwegs. Und dann müsst ihr jetzt nämlich anhalten. Zack. Wunderbar. Und jetzt müssen wir nämlich das nochmal berichtigen. Ich habe ihn schon auf Pause gestellt. Das ist schon super. Das war nämlich ursprünglich schon richtig, das habe ich leider fälschlicherweise in der letzten Folge umgebaut, wo ich das gar nicht hätte machen müssen. Ja. So ist das halt. So, nehme ich die da mal weg, dann kann ich da schon das Eisen, das Kupfer rausnehmen. Oh, okay, die sind alle voll. Schade. Oh, ein kaputtes Band. Die sind alle voll, das ist natürlich echt ungünstig. Ja, gut, jetzt habe ich halt ein bisschen Eisen, äh, Kupferherz, aber kleinst. Warte mal, Eisenherz meinst du? Ne, Kupferherz mein ich. Ach, Kupferherz hast du? Ja, aus dem Kohlewagon. Achso, aus dem Kohlewagon raus. Kohlewagon. Alter, wie viel Eisen hier drin ist. So, das weg, das weg, das weg und da rein. Noch ist ein Waggon etwas Platz. Moment. Ähm, hier kann man schon wieder drei Extrakte abbauen. Ja, ich reiß die ab. Ist gut, dann spare ich mir das. Da haben wir bald eine Station weniger, wenn das so weitergeht. Nee, das war ja eh nur so ein kleines Feld hier. Das war ja schon von vornherein abzusehen. Eine Dorfstation. Oder oben werden wir angegriffen. Genau, eine Dorfstation. Oh Gott, ey, das ist ja hier. Was? Alter, die greifen uns oben links schon wieder. Ja, ja, oben. Okay, steigst du ein, dann gehen wir einmal zur Hauptstation. Und flunk und flunk. Ab nach Hause. Ja, und die Waggons sind alle voll. Wir sind müde von der Arbeit. Ab ins Bett. Würde ich sagen, wir lassen ihn einmal komplett ausladen und dann schicken wir ihn los. Und dann gucken wir mal, wie er zurückkommt. Genau. Oh, es sieht so schön aus, wenn das funktioniert. Ich liebe es, wenn ein Plan funktioniert. Wenn ein Plan funktioniert. Und das Lustige war, du hast gerade einen TS gelegt und das Spiel hat geruckelt. Okay. Hey, ich sagte, ich liebe es, wenn ein Plan funktioniert. Ähm. Das hat doch hier der Dingsdauer gesagt. Der Colonel von A-Team. Weißt du was? Was denn? Wir sind ganz knapp an einer Energiekatastrophe. Ja, aber Kohle kommt ja gerade. Ja, aber das... Die greifen glaube ich irgendwas an da unten. Ja, da unten wieder die Luft. Ja. Wart mal. Ja, ist der Ablässe. Schick ihn los. Schick ihn los. Okay. Alter, wir brauchen gerade so viel Kohle. Was für Strom, ey. Das ist übelst krass. So, ich habe den Timer-Mösen runtergestellt. Wart mal. Wir brauchen... Das ist die Kohle für... Ach, da. Für ganz oben. Stimmt ja, oben haben wir auch noch die neue Stromproduktion. Die hatte ich ganz vergessen. Die steht ja noch. So. Was sagt eigentlich hier... Oh. Ach so, ach ja, Schmähöl. Was sagt eigentlich unsere Polymer-Produktion? Oh, die sieht ja gut aus. Ähm. Obwohl ich... Ist natürlich jetzt auch bescheuert. Wir fahren mit dem vollen Kupferwaggon zu Kupfertropfen. Und da passt da nichts mehr rein. Ja, das ist dann halt so. Ja. So, jetzt fährt er zum Eisen. Jetzt wird das Eisen beladen. Gut, das wird er wahrscheinlich nicht vollkernieren. Das heißt, gleich kommt er... Das heißt, gleich kommt er wieder zurück. Ja, gleich kommt er wieder komplett voll zurück. Na, noch nicht ganz. Also, der hintere Waggon wird jetzt auch noch mal mit Kupfer vollgeballert bei Kupfertropfen. Und dann... Ja, Eisen nicht. Okay. Weil Eisen ist jetzt schon bei der ersten Station fast voll. Wo das ist ja auch nur die kleine Dorfstation. Die wird ja nicht mehr lange halten. Schlimm. Dann lohnt sich das wieder. Hauptsache, die Bahn kommt gleich mal zurück hier für neue... Für neue Kohle. Ja. Auf dem Weg dahin schon mal irgendwas lernen hier. So, da haben wir zwei Dinger. Okay. Fällt mir ein, wie sieht eigentlich unsere allgemeine Produktion hier so in der Mitte aus? Naja. Naja. Ach so. Ach, da ist das Problem. Was denn? Kupfer. Ach so. Ja, Kupfer kommt gleich. Die Kupfer-Linie vorkommt nicht. Aber warte mal, wie kann Kupfer das... Na, eigentlich sind es Kupferdrähte hier so ein bisschen, aber... Davon haben wir doch so viele. Ja, aber Kupferdrähte werden ja aus Kupfer hergestellt. Ja, ja, aber wir haben genug Kupferplatten. Das ist nicht das Problem. Ach so. Aber ich gucke hier gerade. Kupferdrähte. So, jetzt bin ich an der letzten Station. Und da lädt er sogar noch was rein. Ah, okay, weil hier nicht genug Kupfer ankommt. Ich glaube, ich warte an diesen ganzen Stationen viel zu lange. Die muss ich jetzt mal echt kürzer machen. Ja, ich glaube, die ganze Kupferproduktion muss ich erst so ein bisschen erholen, dadurch, dass die so ein bisschen in der Notärhinkte. Also Eisenbanane braucht man nicht so lange. Eisen Süd. Schon. Banane. Alles Banane. Da kann er 20 Sekunden hier auswiesen. Äh, kommst du wieder zurück? Ja, ja, er kommt gerade. Okay. 20, 20, 15. Da reicht es, wenn er 10 Sekunden wartet. Achtung. Oh, hier ist schon wieder ein Abbauer leer. Okay, ja, dann bau ihn ab. Ach, das war das, nee, das ist doch genau. Ach doch, das war das alte Kupferfeld. Ja, ja, das ist auch bald. Da sind noch 500. So. Fahre ich jetzt, nee, ich fahre jetzt dieses Mal nicht mit. Ich lasse das jetzt erst mal laufen. Das sieht doch gut aus. Ja, ja, erst mal. Ich hab halt jetzt die, äh, Zeiten umgestellt. Okay. Wer weiß, ob das reicht. Mal experimentieren. Schauen wir mal, wird schon schief gehen. Hauptsache, die Kohle kommt hier, Alter, schau dir das mal an. Hier ist voll der Kohlemangel. Da kommt gar nichts mehr an. Obwohl hier oben genug Kohle ist, ne? So, also brauchen wir jetzt auf jeden Fall mehr Türme, mehr Munition und vielleicht sogar schon Wände. Oder wir sollten gucken, dass wir vielleicht ein paar Lasertürme dazwischen stellen. Wie, Frau, brauchen Sie viel Energie? Wir haben momentan relativ gut Energie. Vorausgesetzt, wir haben genug Kohle. Ja, genau. Ja, aber wir könnten theoretisch, ähm, Wände einmal drumrum ziehen und dann bräuchten wir nur noch an bestimmten Stellen die Türme. Wir könnten, wir könnten um die Wände, ja. Ja, stimmt, die laufen ja immer wie Tower Defense durch die Lücken, ne? Es wird aber schwierig, also das hier zu umzingeln, wenn ich mir das jetzt auf der Karte angucke. Das wird schwierig. Also das ist ein großes Areal. Aber ich bin jetzt mal so frech, ich baue mir jetzt mal einen Panzer ein. Was? Was? Da fällt mir ein, ich glaube, also Sekunde, ich gucke mal kurz in die Forschung. Kugel Schaden, Kugel Feuerrate, ach, Schade. Auch die besseren Kugeln. Ja, können wir aber nicht erforschen. Da brauchen wir Ayan-Wissenspakete. Ayan-Artefakte. Das ist das Problem an der Sache. Okay. Da können wir nichts machen. Ich hätte auch gerne den Kampfanzug, aber das geht leider alles nicht. Ah, die ist mega teuer, ne? Ja, da brauchen wir alles Ayan-Artefakte. Das ist... So, ich hole mir mal ein paar Motoren raus. Ich baue mal zwei Panzer. Also echt, mir war so, wir hätten schon Panzer gebaut. Dann hast du ihn gebaut, ich war es nicht. Wenn du ihn gebaut hast, warst du ihn hingestellt. Weiß ich nicht. Da, wo er verrostet. Ins Wasser? Ja. Keine Ahnung. Wupp, wupp. Wupp, wupp, ja. Oder... Ach, hier ist wieder Kupfer noch. Äh, Kohle. Ach, nein, aus. Eis. Äh, ansonsten könnten wir sonst auch ein paar Produktionsmodule für Geschwindigkeit bauen und die hier reintun in die Lichtbogenöfen. Stimmt. Dann mach das. Mach das, sag da. Mach mal. Ich baue gerade Panzer, Junge. Panzer. Panzer, ich begrüße. Ah, jetzt haben... Ja, guck mal, jetzt sieht das hier oben doch gleich wieder ganz anders aus. Ja. Es strömt wieder. Ja. Und warum? Weil wir die Zugschienen optimiert haben. Also die Zugstation. Weil wir es können. Äh. Also weil auch der Zug überhaupt mal wieder fährt. Der war halt da ganz lange musiert. Ich bin gerade am überlegen, ob ich hier irgendwie... Aber warte mal, das müsste eigentlich gehen. Ich baue mal hier ganz kurz was um. So, das Ding hat noch 481 Kupfer. Deinen gibt es nicht mehr. Ach, clever. Ach, da oben ist die andere. Oh, da kommt... Wir haben hier Türme? Ja, haben wir. Gut. Puh. So. Wir müssen mal Munition holen. Ich habe nämlich keine mehr. Jedenfalls ganz wenig. So, dann haben wir da oben, habe ich gerade noch gesehen, da haben wir... Oh, die Produktion für Munition ist sogar voll. Was? Da kommen auch welche. Die ist voll. Ach, guck mal, hier haben wir noch ein riesen Kupferfeld. Das können wir auch noch anzapfen. Das ist... Über unserer Base. Ehrlich? Ach, da... Ja, stimmt. Stimmt, das hat mir nicht genutzt, weil da so viele Bäume waren. Bäume stehen, ja. So, mal gucken. Ähm... Ja, Türme. So, das ist schön. Dann lagert der Dumpf... Da pf ich jetzt erstmal die Munition rein. Sekunde. Passive... Ne, was war das? Die passive Anbieterkiste. Die baue ich mir nochmal. Die passive Anbieterkiste baust du? Ja. Haben wir denn schon einen Drohnenhang? Bitte? Haben wir denn schon einen Drohnenhang? Haben wir noch nicht, aber dann weiß ich wenigstens schon mal, dass da eine Kiste steht. Muss ich... Muss da später keiner hinsetzen. So, ich habe einen Panzer. Panzer. Wo stell ich den am besten hin? Ich stell die mal hier hin. Ja, und genau das dachte ich mir nämlich auch letztes Mal, glaube ich. Und dann habe ich... Weiß ich nicht mehr, wo es ist. Das Problem ist nur, wir haben momentan ein bisschen wenig Kohle. Okay. Muss ich etwa... Also hier ist genug Kohle. Dann ist das beladen zu langsam. Oder wir brauchen extra Zug nur für Kohle. Also hier bei uns ist nicht genug Kohle, da ist das Problem. Bis der immer wieder hier ist. Ja. Ey, überleg mal, wie viel Kohle wir dann verbrauchen. Wie viel da reinpasst in einen so einen Zug, ey. Wie gesagt, deswegen am besten noch ein Waggon. Aber der ist, glaube ich, nicht komplett voll, ne? Nee. Ach, der ist nicht komplett voll? Nee. Der ist halb voll, wenn überhaupt. Das ist schlecht. Der war nicht komplett voll, wenn ich das richtig gesehen habe. Aber die Kisten sind hier voll. Komplett dicht. Und dann reicht die Zeit nicht zum Einladen. Ah. Weil die habe ich extra reduziert, weil er voll wurde. Dann eine Hülse mal ein bisschen um auf 30 Sekunden. Dann packe ich hier noch ein Ärmchen hin. Weil dafür muss ich erstmal die Länge des Waggons sehen. Nee. Da kommt er schon. Hast du schon umgeändert die Zeit? Nee. Ach, Manu. Ach, Manu, sagt er. Das ist ja hier. Das. Da, jetzt haben wir auch wieder. Der Kupfer hat kein Problem mehr. Boah, jetzt fährt der Zug gerade weg. Ah, shit, ey. Der war noch nicht voll. Warte. Okay, also Kupfer, äh, Eisen. Meine Güte. Kohle haben wir genug. So, ich werde jetzt einfach mal hier eine Kiste leeren und die temporär oben erstmal reinladen, dass wir da genug haben. Oh, zwei Panzer. Das ist ja schön. Ja. Die müssen nur noch befüllt werden. Also mit Munition und allem. Und Kohle. Ja, und Kohle. Möglichst genug Kohle nicht, dass du unterwegs stecken bleibst. Ja, DHC gibt's hier nicht. Ja. Ich? Haben die Elds jetzt nicht sowas? Ja, aber ich glaube, das ist, fällt nicht unter Hilfe. Gerade. Ich habe doch extra so eine Mitgliedskarte. Da habe ich mir vom Jupiter gekauft. Ach, vom Jupiter? Oder hat, oder hat mir, hat er mich verarscht? Ich glaube, der hat dich verarscht. Ja, war wahrscheinlich billig, ne? Ähm, nee, billig nicht. Ähm, es war kostengünstig. Äh, kostengünstig. Aha. Okay, ich verstehe. Hä, was ist denn das hier? Äh, was ist das denn? Wer baut denn sowas? Das ist ja... Was denn? War ich das? Ich habe keine Ahnung, ich baut das einfach mal ab. Nein, ich möchte es sehen. Nee, zu spät ist schon weg. Ich habe keine Ahnung, wo das herkommt. Mich oder du das war. Das war auf jeden Fall deiner Bullshit. Irgendwer hat scheiße geworden, oder? Ja. Warum? Was war denn da? Da war zu der einen Eisenstrecke, war irgendwie eine Parallelstrecke, wo aber überhaupt nichts drauf lief. Okay. Keine Ahnung. Vielleicht war da früher, ähm, Raffinerie, äh, hier, Erzförderer. Nee. Obwohl, das hätte, das hätte sein können vielleicht. Das hätte, glaube ich, Sinn machen können. Das hätte Sinn. Bin die Frage, ob das Sinn gemacht hat. Das hat bestimmt irgendwann mal Sinn gemacht. Ach, das hat man nie Sinn gemacht. Alles, was wir machen, macht Sinn. Oder hat mal Sinn gemacht. Hat mal Sinn gemacht. Guckt mal, jetzt funktioniert das mit der Kohle. Jetzt ist hier eine ganze Menge. Noch. Das ist doch schön. Oh, warte mal. Hier, doch, hier in dem einen ist eine ganze Menge Kohle. Ja, ich hole mir dann... Ich muss jetzt mal hier die ganzen, äh, Dinger reparieren. Bin da kaputt. Kaputt. So, da hole ich mir nochmal ein bisschen Kohle raus. In einem eingeschützt, Thomas. Keine Munition reingepackt. Geben du dich. Tutu. Also, du hattest nicht genug dabei. Dann sei dir verziehen. Das ist aber nett. Ja. Und die Elds. Die Elds. Achso. Äh, nur so nebenbei, ne? Mit dem Panzer durch Bäume fahren, macht Schaden. Aber minimal. Au. Ich bin gerade durch den Berg gefahren. Das kannst du einfach durch so einen Wald durchjahren. Das macht fast nichts. Aber es war langsam. Pass auf. Ey, der Zug, der zerstört dich, wenn du überfährst. Das weiß ich. Kann ich dich ja nicht überfahren? Ja, natürlich. Hupala. Ja, und die Lampen kannst du auch überfahren. Ups. Oh, ich mach wieder neu hin. Der hat aber einen ganz anderen Sound als früher, der Panzer. Der zockert ja so richtig vor sich hin. Ja. Schön, schön, äh, coole Tank. Mhm. Klaut er mir meinen Panzer? Ey, Vorsicht. Ja. Au. Ich dreh mich nämlich gerade. So. Klaut er mir meinen Panzer, glaub ich's denn. Äh. Oh. Da ist ein Geschützraum kaputt gegangen hier. Wie kaputt? Komplett? Hier. Ja, dann war's wohl die Monster. Was sollten wir? Ja, pass auf, dann, dann, ähm, hm. Was haben wir? Ist da Munition drin? Nee. Wo? Nur normale. Im Panzer? Ja, klar. Immerhin. Aber dafür brauchen wir auf jeden Fall die bessere. Ja, aber wir haben keine bessere. Dafür brauchen wir eh eine Artefakte. Hm. Ja, dann müssen wir wohl erst mal, äh, pass auf, dann schwing dich in den Panzer. Boah, Alter, hab ich mich gerade erschreckt. Wegen Zug. Kann das sein, dass wir noch die... Hä? Wir bauen die ganze Zeit die falsche Muni, ey. Ich muss die Fabrik umstellen. Wir können schon Panzerbrechende bauen. Wir bauen die ganze Zeit die normale. Ich rede doch von der Panzerbrechenden. Ja, aber wir bauen die ganze Zeit die normale. Och, Mann, oh. Ich baue, ich stelle die Fabrik mal eben um. Die produziert nämlich die ganze Zeit die normale. So. Ach, Scheiß. Ach, Lupus. Das funktioniert gar nicht. Ich muss die Fabrik noch umbauen. Das ist doch für Stahl und Kupfer, ne? Ja, eben. Das funktioniert nicht. Nein, ich muss dazu dann nur woanders hin. Ach mal, Stahl und Kupfer haben wir hier. Richtig. Und hier und da, das könnte... So, ähm... Das erstmal erhöhen auf 30. Süd-Süd ist nicht so schlimm. So. Zack. Kupfen machen wir wieder auf 25. Und Eisenbanane braucht nicht so lange. Okay, Eisenbanane. Ich finde den Namen cool. Aber Franken-Frank finde ich immer noch am geilsten. Der ist auch immer noch am... Der ist auch immer noch ganz geil. So, dann machen wir das doch mal so und so. Nächste Forschung. Forschen. Wo haben wir denn... Was forschen war denn das... Das weiß ich nicht. Was forschst du denn? Forschen jetzt einfach, äh... Kampfroboter-Schaden. Kampfroboter. Auch wenn wir die gar nicht benutzen, die Kampfroboter. Kampfroboter. Genau. So. So, was haben wir denn hier? Intelligente Gesten haben wir hier. Ach Quatsch, das ist ja Bullshit, was ich hier mache. Das sind ja die falschen Platten. Das hätte ich auch sagen können. Warum hast du es denn nicht? Ich habe dir vertraut. Ich wollte, dass du selbst draufkommst. Ich habe dir vertraut, Gabax. Was ist das denn jetzt? Läuft das Ding hier schon wieder nicht. Warum nicht? Hä? Da ist doch... Achso. Ja, verstehe. Ach Gottchen. So, jetzt produzieren wir... Panzerbrechende. Das ist super. Ich habe mir einfach mal vor den... Fließbändern worden, hast du was geklaut. Das so, das wird das einmal so drehen. Und so, und so, und so, und so. So, und so. Und so. Und das wird dann da drauf geladen. So, so, so. Ja, genau so, so. Und so. Wenn ich jetzt wüsste, was ich mit den Geschwindigkeitsmodulen machen wollte. Ach ja, jetzt weiß ich es wieder. Ich wollte mehr erweiterte elektronische Schaltpreise bauen. Also schneller vielmehr. Schneller. Schneller. Das funktioniert so auch nicht, wie ich wollte. Und so geht das auch nicht. Das ist alles kacklisch. Warte mal, dann machen wir das... Nee, auch nicht. Machen wir das so. Ist das wieder so? Wie das so? Ja, das geht so. Zack. Habe ich nicht irgendwo mal... Ach, da. Zack, 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 zack. Und da war... So. Jetzt, jetzt übertreibt das. Aha. Jetzt übertreibt das? Jetzt, genau. Na, endlich wird übertrieben, ey. Ich habe darauf gewartet. Genau. So, zack, zack, jetzt läuft es. So, Polymer geht. Haben wir... Oh, da haben wir sogar noch was in Reserve. Das ist schön. So, das nochmal abreißen. Hier knistert da irgendwas. Oh Gott, was sind die ganzen Batterien? Oh. Und so. Jetzt, jetzt, jetzt. Jetzt ist es so, wie es ist. Jetzt, aber? Jetzt aber. Jetzt, okay. Wunderbar. Und ich sehe gerade auf der Uhr und denke mir so, hey, eigentlich müssten wir mal Feiern machen. Oh, hey. Ja. Ich würde sagen, pass auf, du bereitest dir jetzt schon mal die andere Munition vor, aber wir können auch mit der alten Munition eigentlich schon mal losfahren mit den Panzern. Das können wir. Dass wir uns beide in die Panzer schwingen und schon mal die Basis hier direkt neben uns quasi weghauen. Das können wir in der nächsten Folge machen. Alles klar. Dann schaut einfach bei der nächsten Folge wieder vorbei. Wenn es euch gefallen hat, könnt ihr auch gerne einen Daumen da lassen. Und ja, bis zum nächsten Mal. Ciao. Würden wir uns super freuen. Bis dann. Tschüss.